Hey Leute, seid herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Skywars auf dem Gommelserver natürlich und heute geht es mal darum, dass ich mal die Likes auf meinen Videos pushen möchte Das heißt, ihr drückt jetzt einfach mal alle auf Like Es geht nämlich darum, ich möchte, oder ich habe so ein bisschen, das ist schon immer so ein bisschen bei mir dass meine Videos im Vergleich dazu, wie viele Aufrufe sie kriegen, meistens sehr wenig Likes haben Und ich fange so ein bisschen rum, woher das kommt Sind meine Videos einfach nicht gut genug Ich meine, ja, ich habe es im letzten Video auch schon angesprochen oder da wo ich Jumping gespielt habe Dass ich mir bewusst bin, dass ich um einiges mehr machen könnte mit meinen Videos, das ist schon klar Aber es ist dann einfach auch so ein bisschen mein Stil und ich möchte ihn nicht wirklich verändern Deswegen, ja, so, und hier müsst ihr jetzt erstmal kurz gucken, dass der uns nicht auseinander nimmt Sehr gut, und hier kommt schon der nächste, oder die nächste Hi Google Und tschüss Google So, super Wunderbar Äh Ja, vielleicht soll ich halt doch wieder nichts spielen, ne? Hat sich der jetzt ernsthaft gerettet Wow Hm, naja, soll er machen Ich habe schon gedacht, ich hätte ihn Aber ist das schon etwas Siegessicher Naja egal Also, es geht darum Ich finde, dass meine Videos, ja, so im Verhältnis dazu Wie viel Ähm, Aufrufe sie erhalten Etwas wenig Likes erhalten Ich frage mich halt so ein bisschen, woran das liegt, oder Ja, woher das kommt Was da Das Ding ist Warum das so ist Und eben deswegen habe ich jetzt gesagt, okay Ich muss ja wohl einen Mehrwert bieten dafür Dass, äh, dass meine Videos mehr Likes kriegen Und deswegen habe ich mich dazu entschieden Ich werde in Zukunft Äh, für jedes Video, was 20 Likes erhält Werde ich Facecam machen im nächsten Video Das heißt, erreicht dieses Video 20 Likes Wird es nachher ein Video mit Facecam geben Facecam ist ja sonst grundsätzlich immer so etwas, was ich Als Mehrwert für den Livestreamer habe Ja, grundsätzlich zeige ich mich ja nur im Stream In Videos Deswegen auch nicht Es gibt kaum Videos von mir mit Facecam Glaub ich auch noch nie, wie auch ich eins gemacht damit Es gibt einige, wenige Aber grundsätzlich sind meine normalen Videos ohne Facecam Und deswegen Für jedes Video, das ab jetzt 20 Likes erhält, ja Für jedes Video ab jetzt 20 Likes gibt es ein weiteres Video mit Facecam So Und da freue ich mich richtig drauf, Leute Ja, also Ich würde es echt cool finden Wenn wir das mal schaffen würden Es ist eigentlich ja schon immer so mein Ziel 20 Likes im Schnitt auf meine Videos zu erhalten Das ist schon mein Ziel Was, sind wir noch hier? Verarschen Hm, ich hatte auch noch Healing Dann bin ich jetzt wahrscheinlich tot Ja Jetzt gehen wir jetzt einmal mehr Grüße raus an Reversed Keine Ahnung, wie ich das ausspricht Einfach an dich, du weisst es schon Ich hoffe, du schaust noch dieses Video Weil ich denke mal Dadurch, dass du mich gerade vorhin schon ans Friend geedit hast Und hier in jeder Runde mit dabei bist Winst du es wohl auch in einem Video schaffen Erst und Glückwunsch, du hast es damit geschafft So, aber grundsätzlich, ich denke mal die Message dürfte klar sein, was ich hier Damit ansprechen möchte Es geht mir darum Einfach mal Ja, irgendwie so ein bisschen Zum einen Eure Aktivität zu spüren Zum einen Eure Aktivität zu pushen Und das ist Denke ich mal eine Möglichkeit Und ja, die Idee hatte ich eigentlich schon länger mehr zu sein Aber Ja, ihr habt es ja auch gesehen Es kamen jetzt ja doch ein bisschen längere Zeit Auch keine Videos Und deswegen Bündige ich euch das erste jetzt hier mit an Aber ich hoffe mal Ihr erhält was von der Idee Und ansonsten Ja, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare So, und ich würde sagen Das machen wir jetzt hier Wir haben jetzt hier eine Runde, die ein bisschen schneller geht Also hätte ich jetzt vorgeschlagen Heisst, ich brauche besseres Equipment Heisst Äh, okay, da geht es zur Mitte Vielleicht soll ich auch zur Mitte gehen Ich habe zwei Enderperlen Ich möchte die aber jetzt eigentlich noch nicht benutzen Gehe ich doch auch erstmal noch rüber zu dem Als ich runter geschossen werde Habe ich immer noch die Enderperle zur Sicherheit Äh Da Da habe ich noch einen Wassereimer Habe ich nicht, schade Ja Wir gehen mal hier rüber Der da oben hat glaube ich eine Angel Und der hat gute Rüstung Hm Da ist auch Plusquam perfekt Den kenn ich eben doch ja auch Vielleicht geht mal weiter rüber Und ich warte mal eben Bis da was passiert vielleicht Vielleicht können wir ja abstauben Vielleicht so irgendwie Erstmal auf den mit der besseren Rüstung gehen Ja Gut, jetzt ist er ein bisschen zu weit weg Ich habe noch Healing Jetzt kommt hier jemand abstauben So, ich glaube ich gehe einfach mal weg So zum Beispiel Dann sollten ja eine fein sein vorerst So Also warte mal Es ist Präteritum Plus Plusquam perfekt in der Runde Haha Auch lustig Für die ganzen ganzen äh Grammatik Deutschlehrer mit am Start Ja ist auch nicht Gehen wir hoch Ähm Schauen wir wo der ist Da hinten ist immer noch dieser Skateboard AD Äh Ich würde nicht ganz gerne nochmal rüber gehen Haha Weil ich hatte die beide ja fast Eigentlich habe ich aber Na gut den anderen nicht so aber Aber ich hätte trotzdem gerne seine Sachen Aber ich würde jetzt auch nicht mit Enderparen früher rüber gehen zum Beispiel Wie ich jetzt eigentlich auch nicht Jetzt eh auch nicht so meins Aber wir können das hier mal noch machen und das weg Weil das brauchen wir nicht Aber Plusquam perfekt ist ja auch noch da Haha Ich feier halt solche Namen total ne Aber siehst du ja Irgendwie Leute Leute sind in Minecraft einfach kreativ Minecraft fördert die Kreativität Aber siehst du Ich geh mal fast davon aus Ich werde die Enderpare dafür nutzen müssen Hier raus zu kommen Wenn die Wenn die mich hier irgendwie sandwichen wollen oder so So Ich geh einfach mal so ein bisschen auf Sicherheitsabstand Hier nach unten Ist auch eine Möglichkeit Ja eigentlich Ich will ehrlich gesagt wirklich nicht irgendwie eine lange Runde haben Aber sowieso ist dafür vielleicht auch die falsche Map Außer ich wasche wirklich durch Ich bin mal nicht so vorsichtig Uh der ist runter Schade Da hat er erkannt Was man machen kann Und eben jetzt Ja wow Okay Gut also heute das wars Lasst 20 likes aufs Video da Und ihr wisst was kommt Bis dahin Machts gut Bye Bye und Peace out 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 Vielen Dank.